Hallo ihr Lieben, es ist wieder Wochenende und Zeit für ein Update aus meinem Heimkino-Projekt. Ihr seht, es ist etwas passiert. Es ist sogar eine ganze Menge passiert, es hat viel Arbeit gemacht. Ja, im Prinzip ist die Vorderwand fertig. Es gab schon die ersten Hör- und Sehtests hier drin. Und ja, es nähert sich alles dem Ende. Ich denke mal ein, zwei Teile wird es noch geben, aber dann bin ich mit meinem Projekt durch. Ja, und was habe ich alles geschafft? Das schauen wir uns heute an, aber erst mal die Frage der Woche. Die heutige Frage der Woche kommt von Martin Habisch. Wie finde ich eigentlich die richtige Leinwandgröße heraus? Viel hilft viel oder doch eher wohnraumtauglich oder gibt es eine Formel oder eine 120er-Hinhänge, obwohl man sie aktuell nicht ausnutzen kann oder lieber eine Soft Fresnel, die nur 100 Zoll kann und die größere vernachlässigen. Ja, also Leinwandgröße ist natürlich immer ein großes Thema. Bei uns geht es ja im Allgemeinen um das schöne, große Bild und um das Kinoerlebnis. Deswegen grundsätzlich versuche ich immer, die Bildgröße auszunutzen, so gut es geht. Da kommt ja auch viele Sachen drauf an. Bei der Normalprojektion auf den Projektionsabstand. Was kann überhaupt der Beamer? Was ist das Projektionsverhältnis des Projektors? Hier geht es tatsächlich scheinbar um Ultrakurzdistanzprojektoren, also um die Laser-TVs. Auch da gibt es ja verschiedene Bildgrößen bzw. Leinwandgrößen. Meistens sind das bei Ultrakurzdistanz 90, 100 oder 120 Zoll, also bis 2,66 Meter. Es wird in Zukunft auch noch größere Leinwände geben. Aktuell endet es aber bei 120, bei zum Beispiel diesen CLR-Leinwänden. Ja, aber welche ist nur die richtige Größe für euch? Zum einen ist der Sitzabstand nicht ganz unwichtig. Die alte Formel 1,5-fache der Bildbreite funktioniert im Wohnzimmer immer noch sehr gut. Also einfach anderthalbmal so breit, wie das Bild vorne ist. So weit kann man weg sitzen. Man kann aber im 4K-Zeitalter durchaus im Wohnzimmer auch auf 1,2-fache ranrücken. Oder halt die Bülte, also die Leinwand, größer machen. Ja, und dann kommt noch der persönliche Geschmack noch ein bisschen hinzu. Das heißt, sitzt ihr im Kino lieber weiter vorne oder sitzt ihr im Kino lieber ganz weit hinten. Je nachdem kann man da ein bisschen variieren. Aber so diesen Faktor 1,5, wenn ihr den im Hinterkopf habt, passt normalerweise immer. Ja, ob nun Fresnel oder CLR, da gibt es ja die verschiedensten Technologien von Leinwänden, speziell bei Laser-TVs. Das würde jetzt hier zu weit führen. Dafür gibt es ja andere Videos. Ich werde da auch wieder Videos drüber machen, weil das ist immer noch ein großes Thema. Welche Leinwand für welche Projektionsart und so weiter und so weiter. Wenn ihr euch die neue Fresnel angucken wollt, die ist meiner Ansicht nach ein Tipp, weil die ist wirklich, wirklich gut. Dann guckt doch mal einfach mal in dieses Video hier rein. Da habe ich die mal erklärt. So, ich hoffe, es hat ein bisschen geholfen. Jetzt geht es erstmal weiter im Video. So, da bin ich wieder und stehe in meinem Heimkino. Ihr seht, es ist eine ganze Menge passiert auf der Vorderseite. Ihr seht da eine schöne, große, akustisch transparente Rahmenleinwand, motorisch maskierbar und man sieht da gar nichts mehr. Aber ihr erinnert euch vielleicht, da gab es doch mal ein Fenster. Wo ist denn dieses Fenster geblieben? Zeige ich euch gleich. Das Fenster ist tatsächlich immer noch da und das macht diese ganze Konstruktion auch so besonders und kompliziert tatsächlich auch, weil motorisch maskierbare, akustisch transparente Rahmenleinwand, Lautsprecher dahinter, Lautsprecher rechts und links der Leinwand und trotz alledem ist da noch ein Fenster. Wie funktioniert das? Das schauen wir uns gleich im Einzelnen an. Denn dann gab es natürlich die vorderen Absorber für die frühe Reflexion an den Vorderseiten. Auch die sind da. Die dürften natürlich weder im Bild sein, mussten auch eine gewisse Dicke haben und sollten im Filmbetrieb absolut unsichtbar sein. Ja und wer sich erinnert, hier vorne gab es natürlich die Tür. Die Tür habe ich jetzt zugemauert und bin hier für immer drin geblieben. Nein, die Tür ist immer noch da. Man sieht sie bloß nicht mehr. Die Tür ist komplett verschwunden. Man sieht nicht mal mehr eine Türklinke. Wie das alles funktioniert, schauen wir uns auch gleich im Einzelnen an. Ich hoffe, ihr könnt es noch in dieser Dunkelheit hier noch erkennen. Das hier sind die Auro-Lautsprecher. Die sind in diesen Elementen verschwunden. Wir haben die vorderen Lautsprecher rechts, links in den Seitenverkleidungen drin. Und wir haben den Center natürlich hinter der Leinwand. Ja, aber was habe ich hier dann alles im Einzelnen gemacht? Na ja, ihr könnt euch vielleicht noch an den Stand erinnern, in dem ich vorne mit der Maskierung rum experimentiert habe. Ich glaube, das war im Video Teil 4. Da habe ich an der vorderen Maskierung experimentiert, weil das war tatsächlich völliges Neuland für mich. Ich hatte halt oben so ein bisschen Platz und musste eine 21 cm hohe Maskierung irgendwo verstecken. Und die fährt wie so eine Art Sektional-Tour oben in die Decke ein. Ja, das hat am Ende auch ganz gut funktioniert. Jetzt funktioniert es auch umso besser. Und ich werde euch einfach mal zeigen, wie das jetzt dahinter aussieht. Wir haben mittlerweile eine elektrische Maskierung. Die fahre ich jetzt auf. Während die sich öffnet, erzähle ich euch ein paar Sachen. Die Maskierung kann, die ist von Natur aus auf 16 zu 9. Also wenn man sie öffnet, so wie wir es jetzt tun, ist die Leinwand 16 zu 9 Format. Wenn sie komplett geschlossen ist, ist sie 2,39 zu 1. Das heißt, dieses CinemaScope-Format, was auf den meisten Blu-rays so drauf ist. Aber man kann ja noch ganz viele Zwischenpositionen anfahren. Wer sich schon mal mit diesen ganzen Themen beschäftigt hat, wie viele Bildformate und so das gibt. Es gibt ja tatsächlich unzählige Bildformate. Und deswegen war es mir sehr wichtig, da so ziemlich jedes Format anfahren zu können. Wir haben nur Endschalter für den oberen, für die 16 zu 9 und für die 21 zu 9, sprich 2,39 zu 1, habe ich mich entschieden. Es gibt ja noch 2,4 zu 1 und so weiter. So, da sind feste Positionen. Alle anderen Positionen kann ich händig anfahren. Fangen wir doch mal hier an. Ich habe in die Armlehne meiner schicken neuen Cineasessel einen kleinen Kasten gebaut. Und diesen Kasten habe ich ein bisschen mit Stoff bezogen. Und in diesen Kasten sind hier Taster reingewandert. An diesen Tastern kann ich die Maskierung händisch von meinem Sitzplatz aus ganz exakt steuern. Das wollte ich hier in dem Fall einfach so haben. Ich wollte nicht einfach nur 2, 3 Formate festprogrammieren. Ich bin wirklich völlig frei und kann die stufenlos anfahren. Ich habe sie jetzt geöffnet. So, jetzt kann ich eigentlich die Leinwand wegfahren. Das mache ich noch ganz klassisch mit einer Fernbedienung. So, schaut mal, was dahinter passiert. Ihr seht, hinter der Leinwand ist erstmal nichts. Da ist einfach ein viel Schwarz. Ja, weil es handelt sich hier natürlich um eine Buffelwall. Und ich habe hier auch noch 12 Zentimeter Mineralwolle mit reinbekommen. Das heißt, wir haben da schon einen schönen akustischen Effekt. Und ihr seht es vielleicht, dahinter ist tatsächlich noch das Fenster. Alles war sehr ausgereizt. Alles geht hier auf einen Millimeter. Gerade hier oben hatte ich nur so einen Millimeter Platz, dass überhaupt noch das Fenster aufging. Aber schaut mal, ich kann es hier öffnen. Und hier hinter ist doch tatsächlich noch das Fenster. Ja, diese Elemente, diese Klappen hier, die sind natürlich auch 25 Zentimeter dick. Auch die sind mit Dämmstoff gefüllt. Der Center, den seht ihr jetzt nicht mehr, der ist hier drunter. Das Element hier ist auch zum Rausnehmen. Dahinter ist ja die Heizungsverteilung. Da kann ja sein, dass man da im Zweifelsfall mal ran muss oder zur Wartungsarbeit noch ran muss. Dann kann man das öffnen. Und diese Klappen, im Prinzip ganz einfache Holzkonstruktionen. Das sind im Prinzip nur Holzlatten mit Dämmstoff gefüllt. Und da kam dann erst so ein Vlies rum, so ein Schutzvlies, dass die Dämmung da nicht rauskommt. Und dann wurde es mit akustisch transparentem Stoff bezogen. Und fertig waren diese Klappen. Hier hinter ist jetzt also das Fenster. Ja, im Teil 4 habt ihr ja schon gesehen, wie ich hier oben diese Maskierung gefertigt habe. Die funktionierte ja auch dann irgendwann nach dem zweiten oder dritten Versuch. Nächster Schritt war dann die untere Maskierung. Die war tatsächlich ein bisschen einfacher. Technisch funktioniert sie genauso. Wir haben eine Aluminiumschiene. Die ist 4 Meter lang. Achso, ja, hatte ich euch mal versprochen. Werde ich euch jetzt sagen. So Aluminiumprofile sind recht teuer, wenn man die kauft. Es gibt aber im Baumarkt ein sogenanntes Richtscheit. Nutzt man auf dem Bau zum Beton abziehen, zum Wendeglatt machen und so. Es gibt 4 Meter lange Richtscheite. Und die sind tatsächlich gar nicht so teuer. Und genau sowas ist es. Ich habe mir einfach so ein Aluminiumrichtscheit gekauft. Und ja, wir brauchten ja hier die 3 Meter, ich glaube 3,71 Meter oder so habe ich hier, glaube ich, gebraucht. Preiswerte Variante und ich habe ein schönes gerades Profil. An dieses Profil habe ich dann noch ein paar Hartfaserplatten herangemacht, um es größer zu machen. Auch unten brauchen wir diese 21 Zentimeter Maskierhöhe, weil das so meine maximale Maskierung, die ich fahren kann. Oben 21, unten 21 Zentimeter. Also das Bild kann insgesamt von der Höhe um 42 Zentimeter eingekürzt werden. Ja, als das dann auch alles funktioniert hat, also Antrieb, der Antrieb funktioniert über Linearmotoren. Das sind so Linearmotoren, die kennt man aus so elektrischen Betten, elektrischen Sesseln. Da sind so Linearmotoren eingebaut. Ich werde euch mal alles Mögliche, was ich da so verarbeitet habe für meine Konstruktion, mal unten in die Videobeschreibung reinstellen. Falls da irgendjemand Interesse hat, klickt da einfach auf so einen Link. Und dann findet ihr ganz schnell diese Produkte, die ich hier benutzt habe. Es sind klassische Stahlseilzüge, 2 Millimeter Stahlseil. Das habe ich alles ein bisschen einstellbar gemacht mit so einer Einstellschrauben. Und die Linearantriebe sitzen rechts und links hinter den Verkleidungen für die obere, sowohl auch für die untere Maskierung. Da diese Aluminiumprofile aber oben gerade sind, also das sind ja im Prinzip nur 90 Grad Profile, also rechte Winkel, nee, wie sagt man, Rechtecke, sind eigentlich Rechtecke im Querschnitt. Das gefällt mir aber nicht. Wichtig ist ja, dass man eben nicht oben eine gerade Fläche hat, weil man soll ja immer zur Leinwand etwas schräg gehen. Da habe ich mir aus Resten von meinem schönen Maranti-Holz, habe ich mir so Holzleisten gefräst, die so ein ganz bestimmtes Profil haben. Und die habe ich auf die Aluminiumschienen aufgeklebt. Ja, und danach wurden diese ganzen Aluminiumschienen dann samt dieser Holzleiste oben drauf schön mit Adamantium verkleidet. Alles schön geklebt, man muss da sehr sauber arbeiten, ein Klecks und man fängt wieder von vorne an. Und ja, und so wurde es so nach und nach alles langsam schwarz. Im oberen Bereich musste ich natürlich diese ganze, also der Rest, der noch da besteht, wenn es oben einfährt, dann guckt es ja immer noch so ein kleines bisschen raus aus der Decke. Die Decke selber ist ja, die Deckenabhängung ist ja tatsächlich nur 5 cm und da passt dadurch die komplette Maskierung nicht rein. Also habe ich vorhin auch noch so eine kleine Holzverkleidung gebaut. Auch die wurde natürlich mit schwarzem Stoff bezogen. Der nächste Schritt waren dann die Seitenelemente. Die waren tatsächlich etwas komplizierter. Auch die sind alle schräg. Da stecken ja auch die Frontlautsprecher hinter. Da kam übrigens 1, 2, 3 Mal die Frage in den Videokommentaren, Adamantium und Lautsprecher, das geht ja gar nicht, das dämpft so sehr. Na, das stimmt nicht. Es gibt von diesem Adamantium-Akustikstoff, gibt es tatsächlich richtigen Lautsprecher-Bezugsstoff. Der ist wirklich dafür da. Ich blende euch hier mal so eine kleine Grafik ein. Das ist von der Webseite von Adamantium-Audio und da sieht man, dass die Dämpfung ganz, 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 ganz minimal nur ist. Also man kann durchaus Adamantium-Stoff vor Lautsprecher spannen. Aber nicht jeden. Also den ich hier auf den kompletten Flächen habe, der nicht. Aber ihr seht, die Lautsprecher selber, die haben ja nochmal Aussparungen. Die habe ich wirklich nochmal rausgeschnitten. Und dahinter sitzt tatsächlich anderer Stoff. Und so funktioniert das dann nämlich auch mit diesem tiefschwarzen Adamantium. Nur weil die Frage da schon so 2, 3 Mal kam. Gleiches gilt übrigens für meine Seitensegel hier. Auch die sind mit Adamantium bezogen. Die sind ja auch voll Dämpfstoff. Und hier oben gibt es den Adamantium-Akustik. Ich weiß nicht genau, wie der heißt. Lautsprecherstoff oder so. Müsst ihr mal auf die Seite gucken. Ansonsten, wie ihr sagt, ich verlinke euch alles, was ich hier verarbeitet habe und irgendwo als Link finde. Dass ihr das auch im Zweifelsfall nachbauen könnt. Okay, also Seitenverkleidung waren jetzt fertig. Die sind, wie gesagt, ein bisschen komplizierter gewesen vom Aufbau her. Sie müssen abnehmbar sein, weil da kann ja sein, dass man da mal ran muss. Dahinter sitzt ja die ganze Mechanik. Da sitzen die Lautsprecher hinter. Ist alles jetzt mit zwei Schrauben befestigt. Da kann man reingreifen, zwei Schrauben lösen und kann das ganze Element abnehmen. Alle Hohlräume natürlich wieder mit Dämpfstoff gefüllt. Die Seilzüge dahinter und so, die habe ich extra nochmal in einen kleinen Kasten gebaut, dass ich auch nichts verheddern kann. Alles schön dahinter integriert. Die Motoren sitzen rechts und links unten hinter den Verkleidungen. Und sie fahren im Prinzip, sie haben so einen Fahrweg von maximal 25 Zentimeter. Und über Seilzüge betätigen sie die obere und untere Maskierung. Ja, na dann gab es natürlich noch das Mittelteil unten. Die untere Maskierung muss natürlich auch versteckt werden. Auch nochmal eine Verkleidung gebaut. Mir war ganz wichtig, dass man hier absolut keine Befestigungspunkte sieht. Also es gibt hier keine sichtbaren Schrauben oder sowas. Alles ist irgendwie steckbar gebaut. Dazu habe ich auch schon mal mir selber was ausdenken müssen. Nuten reingefräst mit kleinen Stiften. Das kann man alles zusammenstecken. Und so ist das Ganze wie so ein großer Steckbaukasten aufgebaut. Und man sieht keine Schraube und keinerlei Befestigungen. Ja, so Sachen sind sehr aufwendig. Das ist ja fummelig. Aber am Ende, das Ergebnis ist halt toll. Man sieht halt wirklich am Ende gar nichts mehr. Ach so, mal so ganz zwischendurch. Ich habe tatsächlich schon einen Film und zwei Serien hier geschaut. Das Kino ist noch nicht ganz fertig. Aber ich habe, ja, beim Beamer, da steht tatsächlich noch ein Platzhalter. Da steht noch nicht der endgültige Beamer, weil ihr wisst ja, es ist immer noch nicht lieferbar, der, der hier rein soll. Aber ich habe schon mal einen Beamer reingestellt und schon mal Tests geschaut. Toneinmessungen, die ersten liefen schon durch, aber die feinen Toneinmessungen, die kommen noch. Da hole ich auch tatsächlich meinen Audiokollegen aus dem Laden, der da noch viel, viel mehr Ahnung hat als ich. Der wird mir hier eine hoffentlich sehr, sehr schöne Einmessung machen. Aber ich zeige euch das. Da werdet ihr natürlich wieder mit bei sein. Aber die erste Einmessung nur von der Marans Vorstufe her. Ich war schon sehr, sehr, sehr begeistert. Und auch die Subwoofer, die funktionieren sehr, sehr gut. Also so, wie ich mir das vorgestellt habe. Wir werden noch ein bisschen Feinarbeit machen müssen. Aber grundsätzlich habe ich gar kein Dröhnen gehabt und es klang wirklich schon echt, echt gut. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Gut, ich schweife ab. Ich fange es schon wieder an zu schwärmen, weil es hat wirklich schon mal Spaß gemacht. War gestern Abend tatsächlich. Ja, wie ging es dann weiter? Also dann, wie gesagt, Vorderwand war fertig. Fenster ist verschwunden. Wir können es öffnen, wenn man es braucht. Die elektrische Maskierung funktioniert. Die Motorleinwand, ja, falls nochmal jemand fragt. Das ist eine VNX Atlantis Leinwand. Akustisch transparentes Tuch. Tension System als Deckeneinbau Variante. Und die ist da komplett verschwunden. Und die übernimmt hier im Prinzip den Part der eigentlichen Rahmenleinwand, die ja nicht wirklich da ist. Das ist ja, es ist immer noch eine Motorleinwand. Ich habe bloß vorne so getan, als wenn es eine Rahmenleinwand wäre. Alle Flächen sind schräg gemacht, um Reflexionen der Leinwand zu verhindern. Also ich wollte so wenig wie möglich Reflexionen haben. Und deswegen sind alle Flächen schräg ausgerichtet zum Zuschauer und nicht zur Leinwand. Das gleiche gilt tatsächlich für meine seitlichen Absorber. Die werdet ihr wahrscheinlich kaum noch sehen. Hier ist ein Absorber auf eine Tür raufgekommen. Also auf meine Eingangstür. Ich öffne das mal. Ihr könnt das so ein bisschen sehen. Hier ist der Absorber drauf. Die Tür ist jetzt sehr dick geworden. Die Tür ist jetzt ungefähr 25 Zentimeter dick. Auch hier sind die Flächen schräg zum Zuschauer geneigt. Wie gesagt, um Reflexionen der Leinwand zu verhindern. Hier hinten gibt es natürlich auch noch eine Schräge. Das lag aber am Platz. Ich hatte wieder zu wenig Platz. Und hier vorne müssen wir mit den Lautsprechern hier vorbei zu den Sitzplätzen. Und deswegen ist da vorne nochmal eine Schräge dran. Aber da ist bis zu 15 Zentimeter Dämmstoff drin. Basotect ist da drin. Weil Basotect ist sehr, sehr effektiv. Mineralwolle wäre tatsächlich auch gegangen. In dem Fall habe ich mich für Basotect entschieden. Weil es auch sehr leicht ist und an der Tür hängt. Und ja, damit ist meine Schallschutztür absolut unsichtbar geworden. Und weil ich ja dann das ganze schöne Bild nicht durch eine Türklinke versauen wollte, habe ich mir da auch noch was einfallen lassen. Ich habe mir selber eine Türklinke gebaut. Selber ein kleines Metallgeschweißt. Hier so einen kleinen Mini-Griff sozusagen. Und der verschwindet hier hinter dem Absorber. Das heißt, wenn man hier die Tür öffnen will, muss man jetzt hier reingreifen. Hebt einen kleinen Hebel und dann geht die Tür auf. So funktioniert das. Die Tür wird später auch nach außen schick gemacht. So weit bin ich noch nicht. So, das war Thema Tür. Die vorderen Absorber. Ja, und dann kamen natürlich noch die Verkleidungen der vorderen Kabelschächte. Das ist übrigens ganz einfach. Ich habe dazu mal ein Video gemacht, schon vor längerer Zeit. Wenn ihr Lust habt, schaut da gerne mal in dieses Video rein. Da habe ich erklärt, wie man Kabel nachträglich wunderbar verschwinden lassen kann. Auch speziell im Wohnzimmer. Und in Heimkinos machen wir das tatsächlich so oft, das benutzen wir auch in fast jedem Dunkelkino, was wir bauen, in dem die Kabel nicht vorher schon im Rohbau verlegt werden konnten. Weil das Kino da meistens nachträglich einzog. Und so war es ja hier auch. Ich wollte halt hier nicht die Wände aufstemmen. Das war auch überhaupt nicht nötig. Es gibt schon eine ganze Menge Kabel nach vorne. Wir haben natürlich die Lautsprecherkabel nach vorne, was ja da schon mal fünf Stück sind. Es gibt LED-Beleuchtung. Es gibt die ganze Steuerung der Maskierung. Strom für die Leinwand. Es wird nach vorne noch Beleuchtung geben. Die habe ich noch nicht dran. Mein Putzlicht, das kommt da vorne auch noch hinter. Alles das braucht ja Leitungen. Und das mache ich tatsächlich ganz, ganz, ganz super einfach. Wir machen im unteren Bereich eine Sockelleiste. Da klebe ich im Prinzip nur eine Leiste an die Wand, nur eine Holzleiste. Dann baue ich mir aus Spanplatten im Prinzip einfach nur einen Winkel. In dem Fall war der 8 cm x 4 cm. Ich kann euch sowas zeigen. Kleinen Moment. Ich habe es mir hingelegt und habe es vergessen mit reinzunehmen. Schaut mal, so sieht das aus. 8 x 4 cm, zwei Holzplatten zusammengeklebt. Ganz, ganz, ganz einfach. Das Ganze wird dann mit den Resten von dem Teppich bezogen. Von meinem schönen Kuschelteppich. Ja, das ist halt die restlichen Streifen, die man so abschneidet. Einfach hier rumgeklebt. Und dann wird das Ganze da ran gesteckt. Man kann da noch eine Schraube reinmachen, durch den Teppich durch. Die sieht man nicht, die verschwindet im Teppich. Meistens reicht aber einfach nur so ranstecken und dann hält das schon ganz alleine. Und da kriegt man richtig schön viel Kabel rein. Also soviel Tipp zum Kabelverstecken. Wie gesagt, wenn ihr Lust habt, schaut einfach mal in das Video. Und da zeige ich es noch ein bisschen deutlicher, was es da für Möglichkeiten gibt. Ja, das war alles, was in den letzten, ich glaube, es sind schon wieder zwei Wochen vergangen oder sogar schon drei. Ich weiß gar nicht mehr. Immer nur am Sonntag hier arbeiten. Man schafft halt nicht allzu viel. Aber ihr seht, vorne nähert sich es zum Ende. Ihr seht, das Kino funktioniert im Prinzip schon. Tja, was muss denn hier noch passieren, dass es fertig wird? Ja, also ein paar Kleinigkeiten sind natürlich noch. Überall noch ein bisschen Farbausbesserungen. Im hinteren Bereich fehlen tatsächlich noch Absorber und Diffusoren. Ja, da will ich ja mein neues Design hier so ein bisschen noch mit einbringen. Das ist auch so ein bisschen viel Arbeit, würde ich sagen. Das wird noch passieren. Mein Technikschrank ist im Prinzip mehr oder weniger schon komplett fertig. Den habe ich immer so Stück für Stück abends gebaut. Ich zeige euch den aber im nächsten Video noch, was da alles drin ist und wie das funktioniert. Ja, dann natürlich die akustische Einmessung. Da hole ich mir den André aus dem Laden noch mit dazu, weil das beherrscht der deutlich besser, als ich das könnte. Und der soll mir das hier auf noch ein ganz hohes Niveau bringen. Akustik übrigens, ja, die Lautsprecher, die wurden ja hier und da mal kritisiert. Meine ersten Tests sagen, das war eine super Idee. Alle elf Lautsprecher, ja, im Prinzip die gleichen zu nehmen. Das war, man merkt es. Man merkt es wirklich, wenn hier so die Stimmen rumlaufen und so. Und es klingt von allen Seiten total gleich. Es macht unheimlich viel aus. Tatsächlich haben wir das noch gar nicht so oft gemacht. In den meisten Heimkinos baut man tatsächlich unterschiedliche Lautsprecher ein. Die Front sagt man immer, da müssen richtig fette Dinger rein und hinten kann man kleiner. Ja, im Wohnzimmer und so bin ich da voll dabei. Das stimmt wahrscheinlich auch. In so einem dedizierten Kino. Nein, also wenn ihr könnt, baut alles die gleichen Lautsprecher. Es ist wirklich ein sehr, sehr, sehr cooler Effekt. Und die Wahl meiner Lautsprecher bis jetzt habe ich die überhaupt nicht bereut. Super. Ich hätte gerne noch die größeren genommen aus der Simuline-Serie von Quadral, aber die haben da einfach platzmäßig nicht reingepasst. Aber ich bin mit denen total zufrieden. Also im Moment nichts zu meckern, aber ich halte euch auf dem Laufenden. Ja, was fehlt noch? Wie gesagt, es sind alles ein paar Kleinigkeiten. Hier noch Kabelbeschriftungen. Das soll ja alles ordentlich sein und nachvollziehbar. Am Sternenhimmel muss noch ein bisschen nachgebewert werden. Die LED-Beleuchtung. Ach, Fernsteuerung. Hier liegen noch ein Haufen Fernbedienung rum. Die ganze Multifunktions-Fernbedienung. Tatsächlich bin ich da noch so ein bisschen am Grübeln, was ich da wirklich nehme. Wahrscheinlich wird es noch eine von meinen letzten Beständen von den Logitechs werden. Vorerst. Bis da wieder was anderes kommt. Das muss noch gemacht werden. Ansonsten sind es lauter, lauter Kleinigkeiten, aber die Kleinigkeiten halten ja auch auf. Stand jetzt würde ich euch gerne nochmal zeigen, die Funktion der Maskierung. Weil in so einem Kino hier, was ja schon eine ganze Menge kann, denke ich mal, ist eine Maskierung schon wichtig. Wenn auch nicht leicht zu erreichen, weil fertig kaufen, wisst ihr ja, ist nicht so einfach. Schaut mal. Also ich habe jetzt hier natürlich scheinbar vor allem nicht so aufs Bild gucken. Aber guckt mal, was da passiert. Die Maskierung fährt jetzt langsam zu. Ich habe sie bewusst auch sehr langsam laufen lassen. Ich habe ja Zeit. Wenn ich in mein Kino gehe, habe ich ja keinen Stress. Aber so kann ich mir jedes Format, was ich möchte, direkt anfahren und ganz genau maskieren. Ja, ihr seht, zack. Und das sieht ja alles schon sehr, sehr viel besser aus. Ja, für heute bin ich am Ende. Jetzt ist auch Sonntag. Das heißt, nein, ich kann jetzt hier noch ein bisschen basteln. Ein paar Sachen möchte ich heute noch machen. Schön, dass ihr alle dabei wart. Ich freue mich, wie gesagt, immer über den Daumen hoch. Wer den ganzen Bau nochmal sehen will, schaut bitte in die Playlist. Wir haben eine Playlist über diesen Bau meines Heimkinos. Und es wird aber ganz zum Schluss, denke ich mal, noch eine Zusammenfassung geben. Da werden wir nochmal so ein Video machen, wo wir alles nochmal schnell im Schnelldurchlauf zusammenfassen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann in der nächsten Woche. Tschüss, bis dann. Tschüss.